Willkommen zurück zu News from Mario Bros. Wii. Wir machen hier das Pilzhaus in Welt 5, weil ich total blank bin und nur noch 3 Pilze habe. Also machen wir weiter. Ich hab die Batterie noch nicht reingemacht, wollte um ihn noch weiter aufnehmen. Es wird nicht komplett leer sein. Hallo. Ja, ich geh einfach mal überall hin. Ja, den Stern mal. Gut, wenigstens ein paar schon mal gesichert. Den Pinguin auch. Ja. Ich war jetzt auf einmal in letzter Zeit nicht mehr da drüben, deswegen bin ich da auch nicht. Komm schon bitte unten in der Ecke oder nicht, oder? Hm, zwei sind noch von denen da und zwei andere also. Ich hätte noch einen Stern bekommen können und einen Mini-Pilz. Aber wir haben auch zwei Eisblumen bekommen. Hm, das ist gut. Denn jetzt müssen wir hier unten hin zum Gülle-Level. Und da packe ich mir erstmal einen Pilz rein. Und los geht's mit Pilz. 5, 3. Vielleicht schaffen wir euch wieder 3 Level. Und ich glaub mal nicht. Oh. Ich hab's jetzt mit dem nicht gerechnet. Was ist mit meiner Fernbedienung los? Mache ich das einfach gerade so, dann sind wir gerade die ganze Zeit, wo ich das gar nicht wollte. Okay, los. Ja, hätte ich jetzt das Wasser bekommen können. Ah, gut. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Bälle mit Stacheln und Saufen der Pfunde. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Boah. Das könnte gefährlich sein, als kleiner Mario. Komm wieder zurück. Boah. Oh, das klappt. Wir haben mal in den letzten Mal. Und wir haben es wieder 3 Level geschafft. Nach langer Zeit. Oh, hier kann man halt ein Einzelgewinnen. Oh, Stern. Ja. Papa, wenn halt. Los, jetzt können wir sie alle umbringen. Nein. Was habe ich getan? Deswegen gibt's da auch einen Stern drin. Vielleicht, wenn ich kurz weggehe und dann wieder zurückkomme. Also hier nicht. Oh, das war ein bisschen zu klein. Okay, weiter. Oh, ich hab jetzt wirklich nicht gecheckt, dass er jetzt auch noch misst, da kann ich es. Hm. Dann mach ich sie auch auf Screen. Ihr wisst ja, wie sie ist, oder? Ich schreibe sie doch noch mal rein. Boah. Oh, dass ich hier jetzt noch nicht gestorben bin. Oh Mann, extra lieb. Was ist jetzt passiert? Ich bin gesprungen. Der hat sich dann einfach da so festgeklemmt. Ich nehme jetzt mal einen Propeller mit. Dann kann ich nämlich da hochfliegen, sonst darf ich nicht auf. Vielleicht gibt's ja noch irgendwas zum Fliegen. Oh nein. Ich bin aber auf einem Lachen. Man muss sie hier an diesem Ball oder so treffen. Das liegt daran, dass meine Batterienleistung wirklich bald nach ist. Mann, ich muss im nächsten Fall wirklich mal neue reinmachen. Also, vor dem nächsten Fall. Jetzt bleibt er hier tatsächlich stehen. Nee, es geht weiter. Komm schon, halt bitte noch dort. Nein. Geh doch mal weiter. Nein. Na toll. Komm her. Oh, nein. Das war wieder mal, weil ich mich nicht bewegen konnte. Oh Mann. Das wird noch ein bisschen dauern. Und ich meine, die Halbzeit habe ich, wenn es hier überhaupt eine gibt. Ich habe ihn in viele Teile. Schön zum hochgehen. Nein. Ich habe ihn einfrieren und dann nicht weiterkommen. Das ist gerade der Fail-Level. Toll. Da haben wir zwei Mal drei Level geschafft. Wir haben hier in dem Park nur einen. Ich bin ein Level ausgiebig. Und ich habe hier in dem Park nur eine Lieferbedienung. Und vorhin habe ich noch gesagt, ich finde... ...der hoch springen konnte. Ich finde es gut, dass... Ich wollte gerade die Liefer mit dem Jungen hinhalten und zeigen, dass ich da nichts mehr habe. Oh, der Mario ist ein Angehalt. Immer wieder spruch deine Münze aus. Tschüss. Oder auch nicht. Hm. Outtakes am besten. Das sollte ein Outtakes sein. Na, ist das lustig? Er kann überhaupt nichts. Wir haben auch kein einziger Knopf geht. Das wird dann ein Fail-Part werden. Viel Spaß bei diesem Fail-Part. Ja, ich kann dir auch irgendwas erzählen. Ich weiß nicht. We-Party kam jetzt auch nicht raus. Hm. Ja, warum wohl? Warum hat es lange dauert? Schon zwei Monate, glaube ich. Warum nur? Ja. Ich habe es nicht aufgenommen. Dann war ich noch ein Woller. Und ja. Es sollte aber bald irgendwann wiederkommen. Und er hat gerne mindestens mehr. Schön, ehe das so weitergeht. Ähm. Sag ich schon mal. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Wenn wir das Level hier komplett abschließen. Wenn wir das Level hier voll sind. Und andere Level der fünften Welt. Denn tritt wirklich überall drauf. Ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Äh. Also. Das war's. Das war's.